Was ist der Keratoconus? Keratoconus ist eine natürliche Hornartschwäche, die in einzelnen Fällen zu einer Hornarttransplantation führen kann. Wichtig ist, zu beurteilen, ob diese Erkrankung stabil oder fortschreitend ist. Ist diese Erkrankung fortschreitend und noch nicht in sehr fortgeschrittenem Stadium, kann man auch den Keratoconus mit sogenannten Crosslinking stabilisieren. Das ist die Erkrankung.